Musik 800 Meter Höhe über Null. Hier haben wir eine schöne Geschwindigkeit aufgebaut. 28 kmh. Wir haben jetzt am Ballon gesehen. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Wir fahren Richtung Geisleden. Alles klar, okay, jetzt verstanden. 980 Meter. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Der Pläne macht den hier oben mit den Wolken. Da ist doch keine Landefflecken. Das sieht so aus wie da. Oh, ich hab gedacht, jetzt müssen wir aber mal hochgehen. So, jetzt müssen wir mal nach Wind gucken. Dann kommen wir nicht in der Stunde über den Wald. Und dann ist das Gas irgendwann alles. Ja? Habe ich dann nach Wind gesucht. Und dann bin ich hoch auf 2350 Gama, auf 2873 Gama und dann sind wir wieder runter ins Thüringer Becken und sind gelandet mit einer stehenden Landfahrt. Das war eine Hundertrunde der Wunder. Mal kalten gestartet. So Jungs, jetzt haben wir die 1000 Meter über dem Boden. Also 1263 über Null. Ja, ein Kilometer hoch sind los. So, jetzt haben wir die Richtung gewechselt. Wir fahren jetzt hier oben wieder in die Richtung. So, wir gehen um 1400 und dann lasse ich es wieder zeigen, ja? Oder wir wollen hier oben bleiben, ja? Ja. Nur die Informationen selber auch haben, oder? Ja. 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 so 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 sind wir fallen gerade, ja? Im Moment mit 3 m pro Sekunde. Wie lange dauert das aufgeregt? Das ist jetzt noch nicht das Flughafen. Und jetzt haben wir noch eine Klappe von 1.0. Ach so, die Klappe hatten. Wir haben noch eine Klappe, ja. Bis zum nächsten Mal. So sind wir noch nicht hier, die die Klappe der Klappe entlang. Also sind wir bis zum ersten Mal wieder los. Bis zum nächsten Mal. Wir haben den Klappe der Klappe wieder, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018